Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses schlichte Karo Nageldesign für euch. Alles was ihr dazu braucht sind zwei Farben eurer Wahl. Ich habe mich jetzt für einen Rosaton und Grau entschieden und einen Striper. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir schon mal alle meine Fingernägel in dem Rosaton lackiert. Jetzt nehme ich den Striper und Grau und ziehe zwei Linien längs auf den Nagel. Und anschließend nochmal zwei Linien quer, sodass ich dieses Karo Muster habe. Und schon ist das Nageldesign fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch gern ein Däumchen nach oben und vergesst auch nicht meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal!